ist das geil noch eine leiterplatte ach scheiße ich bin schon wieder voll habe ich keinen hunger ach wieso nehme ich den ganzen schrott hier mit ich tue sie da sind noch das okay ich muss schnell zurück einmal ne warte mal warte mal ich kann doch ich kann auch den schrott hier liegen lassen das kann ich gelassen das kann ich gelassen dass das also ich bin schon voll wieder dann nehme ich das mit und das mit und dann kann ich das noch raus und das noch raus so da komme ich hier mit bakterien her ok das lasse ich erst mal liegen aber ich war doch gerade was ich habe mir ja oh geil teratok 100 ich nehme ich mit ich nehme ich mit ich nehme ich mit ich nehme ich mit jetzt gucken wir es noch was ist das handelswert so 555.000 produktions mulch ah nee warte mal produktion aber wofür ich will nicht lesen moment produktions multiplikator sicherung naja ich weiß was ich mein üben die sicherung ein optimierer ein um die generierungszeit von maschinen ach so zu verkürzen die artikel generieren produktions 0,25 was sollen der quatsch ich dachte der 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 umfang wird ein bisschen größer also mal jeweils mit umfang na das ist ja jetzt doof geil dass wir das ding endlich aufgekriegt haben hier ist das geil ich bin so weit von angetan aber warte mal haben wir hier noch so ein teil aber wir sind doch jetzt irgendwo aber dann mal hier kommen wir jetzt auch nicht hier auf hier noch so ein gesund und und fusions ding nenne guckt euch das mal an hier aber noch was zerlegen okay ich würde sagen jetzt hätte ich hätte mal ich hätte mal was mitnehmen sollen zum teleportieren meine ich möchte wissen was da hätte noch alles ist okay das wird eine kleine erkundungstour jetzt flitzen wir mal schnell hier durch sollten wirklich mal mitnehmen waren teleporte ja komm soweit ist das hier nicht weg da müsste der bohrer stehen er hat da sehe ich ihn schon ich wollte doch schiefel noch mitnehmen da gehen wir den raumschiff mal ein bisschen strom und schon funktioniert alles so halt sortieren ok zeolit kommt nach oben ich brauche unbedingt meine drohnen woher geht da rein wasser brauchen wir nicht essen ist unten also viel essen müssen wir jetzt nicht mit schleppen ich packe erstmal alles rein so silizium müsste voll sein einmal passt hier rein einer passt da nicht rein okay silizium da rein so dann haben wir dieses wohl das war glaube ich hier hinten wo ja hier machen wir das licht aus jung dann haben wir hier tux und wir hier bei tusk so einmal runter zu den dings hier einmal uran zweimal iridium 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 mal da rein wieder zwei triebwerke meine güte schabatz pulver das rote erstmal hier rein das war hier aus mir kommt nach unten ach die sicherung die schwarze erstmal da oben reinkommen nehme ich erstmal nicht mit die kakao samen die schmeiße ich auch erstmal hier rein so dann bringe ich den dünger schnell weg dann flitzen wir noch mal ganz schnell noch rüber mich interessiert was hinter dem hinter dem dings noch ist dünge 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 ach menschen war noch gerade bei den leiterplatten unten ach man schwarz pulver war hier aluminium kommt nach unten also ja wieder zugemacht so aluminium kommt hierhin oder das ding voll das ding ist voll wie hier noch platz aluminium wo ja haben wir noch eisen kommt hier rein leiterplatte kommt hier rein wenn wir schon mal hier sind machen wir das gleich mit ja ja ich trinke gleich was nach mensch ich war doch gerade oben bakterien ach mensch so die bakterien da so das andere ball war damals sauerstoff war wo ich jetzt aufgelassen hier jetzt schmeißen wir die man damit rein die flasche wasser nehmen wir mit der kürbis aber hier ist alles okay kann ich auch schon wieder und hier die pilze brauche ich nicht die pilze brauche nicht unbedingt kürbis da ich bin kürbis voll nein ach man ja dann esse ich die pilze eben so obwohl ich kann die kann ich aber vorne mit rein schmeißen hier bin ich vorne ja ja gut lassen wir das trinken unterwegs wir sind bei 52 gti es geht aber ab wir haben wir haben vorhin mit 35 angefangen war da mal bei 60 war bei 60 ach wir müssen den bohrer noch bauen sie ist die musik auch noch bauen schnell aber jetzt machen wir erst das raumschiff zu ende und denn vielleicht müsste ich mal überall rumfliegen vielleicht ist ja auch noch irgendwo ein eingang so ein unterirdische also hier was ich mein so das war hier genau hier waren wir noch nicht fertig sind jetzt verlegen hier haben wir noch nicht fertig genau hier war der fusion kann auch hier so hier nehmen wir alles natürlich gleich mit naja nehmen das mit eine maschine bloß nur wirklich nur eine so das war denn diese seite das kann ich auch nicht verlegen kann ich auch nicht mitnehmen ne hier vielleicht so das war ja die ecke jetzt gucken wir es mal da hinten aber wie kriegen wir dann diese tür auf hier na warte mal vielleicht vielleicht können wir das von hier aus noch schön langsam durch die gegend latschen hier hat okay drei dinge sehe ich hier nichts weiß ich bloß wo ich hoffe dass hier was vernünftiges drinnen liegt naja lassen wir gelten so aber wie kriegen wir jetzt die andere tür auf ohne vorzusagen waren wir hier schon 9 habe ich einen hunger habe ich hier schon so habe ich die vorhin übersehen oder ist die tüche auch neu aufgegangen oh gott ich sehe hier mal gar nicht mehr durch hier ist der aus was das habe ich nicht gesehen ach nee das ist die tüche auch die mit aufgegangen ist nenne die ist mit aufgegangen es war hier ja genau das war die tür die mit aufgegangen ist genau aber irgendeine tür ist euch jetzt noch zu oder sind die jetzt alle aufgegangen so muss ich nochmal gucken hier war ja die tür ist noch zu kriegen wir denn die oh verdammte hacke aber wenn ich das ding jetzt wieder rausnehmen was passiert denn ach geht gar nicht mehr witzig wenn mein teil wieder hier war sein ich hoffe dass ich alles durchsucht habe ansonsten werde ich noch mal alleine hierher gehen ohne video weil ich will das jetzt hier nicht alles jetzt so in die länge ziehen deswegen werde ich mich denn jetzt erstmal zurück verziehen wir haben ja jetzt erstmal genug und dann können wir nämlich bei der nächsten aufnahme vielleicht oder irgendwann später immer zu dem anderen raum schon mal gehen da müssen wir auch noch mal so ein ding herstellen und war dann mal unterirdisch war da hinten da da nicht auch unterirdische so ein fusion stings der bumse kommen wir haben zeit wir gehen wir fix sind hoffentlich finde ich das noch wartet mal wo ist er wo ist er wo ist er da titan silizium aluminium titan haben wir hier nein das ist nicht hier haben wir titan ich bin voll gotten hat sich erledigt silizium titan haben wir haben wir nicht getan doch kann doch aus aluminium ja war ja klar dann fehlt natürlich wieder da komme ich werde trotzdem mal kurz hinter dann stelle ich wenigstens das ding dahin wie wenn wir schon irgendwo aluminium finden weil ich bin mir sicher dass ich mir das video angeguckt habe hier drin aluminium gesehen habe wo wir hier hingeflogen sind aber jetzt muss ich überlegen das war ja gar nicht hier das war ja hier beim bei der lava da haben wir dort durchs fenster lava gesehen wird gesagt hat welch das sieht ja geil aus das will ich auch wenn ich habe da eine karte da ist das ja noch so ein riesengraub schiff muss oh mein gott ja hier sind wir falsch dann war das hier irgendwo aber wenn ich jetzt blöd im kopf sind bei dem wasserfall raus und dann gleich nach links sind jetzt zu wieder die dane da müssen wir durch naja hier naja so eine war doch hier jetzt irgendwo irgendwo am rand war doch das sind wir doch nie wieder wo war denn dort ich bin da reingefahren das war da irgendwo ne kann man das sehen kann man das hin und her schieben da scheint wahrscheinlich obsidian zu sein hier unten ist ein raumschiff da würde ich ganz gerne hin die könnte das wieder zentrieren es ist jetzt zentriert jahre also zentriert warte mal bin ich jetzt richtig hier muss ich land komme ich da jetzt rüber oder sterbe ich denn ach so jetzt bin ich ja raus ach das ist ja das raumschiff da aber ich wollte doch zu den laber denkt zu diesem unterirdischen teil nach mann wieso habe ich das damals nicht gleich mitgemacht so ich brauche noch aluminium ich die kehren dauernd rum schmitte links haben ok ach man das ärgert mich jetzt dass ich das nicht finde ich weiß bestimmt schon wieder wurde das ne oha da war gerade wieder kaputt sage ich mal jetzt naja hier bin ich ganz falsch hier bin ich falsch ok ich würde sagen dann fliege ich doch mal schnell zu diesem raumschiff weil ich davon gesehen habe das war jetzt genau noch da irgendwo hier land da hätten das auch noch lava was ist denn hier schon wieder wenn ich jetzt hier unten bin ich jetzt ne da bin ich ja ganz falsch dann muss ich ja noch da alles ist doch das ist glaube ich muss das trieb weg herne wieder mal rein das trieb weg oder selbst da hängen larven dran und war eben ok da kommen wir nicht rein was das hier kommen wir auch nicht rein sie wird am raumschiff sind wir ja gar nicht wir sind ja doch verkehrt ach man genau andersrum da liegt es obsidian da muss garantiert in der borre händel obsidian brauchen das heißt da brauchen wir da auch wieder hier ein portal teleporter mann ich ich finde ich wieder neben wo aluminium so wo sie das raumschiff ist wieder hin das war da hier ist schon wieder das ende zu sein naja hier ist das ende also doch noch da bitte nicht in die lava fallen da ist das denn für den riesen teil ach du scheiße da drin werde ich mich ja verlaufen erst mal gucken ob ich überhaupt reinkommen gott das liegen die nicht in der lava keine musik so ich brauche hier unbedingt einmal aluminium bitte ach man wie soll ich keine aluminium mitgenommen oder um ist ein radar darauf ok hier geht es rein so wie es aussieht was das hier er hat abbauen das ist doch hier so ein dumm ding hier oder nicht ok ich gehe mal rein ach da dass dieses gleiche raumschiff hat bei mir vor der tür liegt ok guck mal was hier steht aber wir haben dreimal platz haben muss noch aber ich werde erst mal erst mal weiter gucken gehen was haben wir hier drin da kommen die dünge nämlich wenigstens mit den kann ich alleine herstellen wir kommen nicht durch kommen hier nicht durch das ist wahrscheinlich wieder ok das ist ein kleines bisschen anders aufgebautes raumschiff hier mit der treppe hier ok einmal fusion sehe ich schon wieder ok das ist ein kleines bisschen anders aufgebautes raumschiff aufgebautes raumschiff ok das sind ja noch mehr gänge ok das ist ein kleines bisschen anders aufgebautes raumschiff aufgebautes raumschiff aufgebautes raumschiff ok das hat auch noch wieder eine leite nicht eisen so nicht hier eisen habe ich irgendwas hingeschmissen oh gott was ist hier dort sind hier gänge da fällt doch niemals niemals und so und wer weiß ich hänge fest nein ich hänge fest ich hänge fest na toll was ist das für eine scheiße ich hänge fest und ich kann die teleportieren und gar nichts muss ich jetzt echt warten bis ich tot bin ich kann hier drücken weil ich will ist ja dunkel wie ein Bärenarsch Entschuldigung vielleicht kann ich mir nicht hinhocken und na hin hocken geht ja gar nicht ja gut dann würde ich sagen ja gut dann mache ich diese folge halt eben nur 28 minuten circa ja muss ich jetzt leider die aufnahme abbrechen weil ich weiß nicht oder gibt es hier eine taste warte macht doch hier gab es eine taste lose machen oder wie heißt das kleinen moment auch irgendwo war das steuerung frei machen ist das oder wie ist das befreien f4 da siehst du kriegen wir da hin gerne zerlegen ok dann nehmen wir wieder raus ich brauche aluminium shit man ich will hier das ding hinstellen obwohl ich weiß ja dass es hier ist ich weiß ja dass es hier ist dann bräuchte auch eigentlich kein ach äh super legierung kam hier wieder runter wäre doch mal lieber aluminium runtergesollt runtergesollt und der gesollt guck dir das mal an kein aluminium hier sind wir jetzt hier nach deiner ecke okay hier geht es nicht weiter naja ist egal ich weiß ja dass das raumschiff da ist und dann alles gut ich bin voll ne shit ähm das wollte ich jetzt sagen aber weswegen er nicht hergeflogen bin das habe ich nun nicht gefunden den eingang zu dem oh 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 was ist ist also mal durch hier alle nicht echt sätzig den brocken was haben wir hier drin noch wieder so schöne sachen nein zum glück habe ich so einen hunger hat das zerlegen geht nicht kommen den ihr ernst so wie es aussieht ja okay hier hat irgendeiner was gebaut und er hat so schöne sachen hier drin auch jetzt auch noch runter was sehe ich denn da schmetterlinge steckt auf kartusche ich lese gleich kleinen moment hier geht es noch tiefer was das nach lärm brauche ich nicht unbedingt ein chip na komm den nehme ich auf jeden fall mit der ist wichtig ohne ende wichtig da geht es noch weiter mal ohne wahr sein alter fall da was hat er denn hier gebaut mit durch ach du scheiße was ist das denn ach du scheiße kann das sein dass hier schon so viele leute gewesen sind und dass die alle den gleichen auftrag hatten ich kriege gerade gösselparker wisst ihr das ich kriege gerade echt gösselparker weil sieht überall das gleiche eine mission ist es ach du scheiße und alle haben es nicht überlebt oder wart zum sterben hingeschickt ach du scheiße ihr wusstet von vornherein dass es unmöglich ist auch wenn man dachte dass hier wer war zur hölle ok das ist ja das ist ja das ist ja hier schon bald traurig sage ich mal hat hier überall das ist ja wirklich traurig eigentlich hat hier so viel überlegt man wenn man das zusammen zählt wie wir hier gewesen sind das ist schon äh traurig eigentlich hier geht es auch noch weiter sehe ich gerade auch hier geht es noch höher hier geht es wieder oha kein triebwerk heute war da ein chip drin oder nein der auch nicht der auch nicht ok lassen wir erstmal alles hier hier geht es nicht weiter ja das hängt natürlich fest ok das kann ich essen drei chips habe ich ich bin ich bin es ist ja